So, da sind wir wieder und wir machen gleich weiter. Sicherheitspersonal angegriffen, Feuer gelegt und Aufstände angezettelt. Wir stehen einem bewaffneten Aufruhr gegenüber. Ein oder zwei Bataillone der besten republikanischen Soldaten werden das Problem schon lösen. Eine groß angelegte Militäraktion kommt nicht in Frage. Der Kollateralschaden wäre nicht tolerabel. Generationenlang war der alte galaktische Markt die zentrale Umschlagstelle für den Handel auf Coruscant. Er ist nicht nur von großer wirtschaftlicher Bedeutung, sondern auch ein Symbol für die Freiheit der Republik. Die Komm-Kanäle sind gestört. Wir haben den Kontakt zu unseren Sicherheitskräften verloren. Ich brauche eure Hilfe, um diese Krise zu beenden. Die Verbrecher dürfen nicht gewinnen. Ich bin recht zielsicher. Mindestens die Hälfte der Typen erledige ich im Alleingang. Wenn man eure Leistungen auf Ortmantell bedenkt, ist das keine Übertreibung. Tut, was immer nötig ist, um unschuldige Leben vor diesem kriminellen Abschaum zu beschützen. Sucht meinen Sicherheitschef, Captain Winborn, auf. Er wird euch helfen. Viel Glück. Ja, und auf einmal verschwindet die Figur mitten im Nirgendwo. Aber mein Gott. Darüber möchte ich jetzt gar nicht herziehen oder geschweige denn irgendwie was Abfälliges sagen. So, jetzt haben wir zwei Quests, die uns wahrscheinlich beide ins gleiche Viertel führen. Sehr schön. Wir sehen noch nicht, wohin sie uns führen, aber sie werden uns ins selbe Viertel führen. Aber ich habe auch vorhin gesagt, es wird uns in das Senatsgebäude führen. Also halte ich lieber mal meine Klappe. Und wir genießen den Anblick von Coruscant. Vom Raumhafen von Coruscant. Wo da oben die Texturen flackern. Aber ich sage ja heute mal nichts über irgendwelche Fehler, die mir auffallen. Obwohl, ich sage es eigentlich die ganze Zeit, also, naja. Können wir auch weiter hier voll lästern über das Spiel. So, ha, was sage ich beides in diesem Ecken? Was ein schönes Muster hier. Naja, fliegen wir mal dorthin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So, hier kann man jetzt nochmal einen schönen Rundblick haben. Jetzt geht es hier in die unteren Ebenen. Die oberen Ebenen werden wir nicht zu Gesicht bekommen. Wie das meistens so ist, tummeln sich ja alles, was irgendwie böse und dreckig ist, in den unteren Ebenen. Und deshalb bleiben uns die schönen Parks und die noblen Apartments und hellen Räumlichkeiten erspart, die uns nur mit, ach, Langeweile erfüllt hätten. Sondern wir gehen dahin, wo Kämpfe toben und Unrat sich ansammelt. Weil wir dort mehr Spaß haben. So. Angekommen. So. Hier muss da irgendwie noch so ein Ding stehen, wo ich jetzt meinen Teleporter-Punkt speichern kann. Ich sehe jetzt gerade nichts. Na, gehen wir mal hier runter. Ach, da vorne ist es ja. Das Terminal. Terminal? Ist das ein Terminal? Keine Ahnung. Ist jetzt ganz einfach. Ist jetzt einfach mal Terminal. So. So. Weiter geht's. Hier haben wir noch Quest. Ich grüße euch im Namen des großen und ehrenwerten Senators Doli Bobark. Ich habe die Ehre, sein leitender Page zu sein. Der Senator schickt mich als seinen Abgeordneten, auch wenn er gerne selbst hier wäre. Er mischt sich gern unter das Volk. Was habe ich damit zu tun? Heute hat mich der Senator ausgesandt, tapfere und loyale Bürger zu finden, die bei einer Sicherheitskrise helfen sollen. Es geht um sein Anliegen, den Ruhm der Republik und unsere technologische Überlegenheit wiederherzustellen. Das ist alles ja ganz nett, aber was ist das für eine Krise? Darauf wollte ich gerade hinaus. Erst kürzlich wollte der Senator eine Lieferung Computerchips erwerben. Fortschrittliche Hardware, die der Republik völlig neue Möglichkeiten bieten kann. Nur leider wurde diese Lieferung von der Händlergilde der Migranten gekapert. Und die Sicherheit der Republik hat Sorge, sich mit den Schlägern der Gilde anzulegen. Die Sicherheitsoffiziere der Republik hören sich nach einem armseligen Haufen an. Jemand hier muss sich mit der Händlergilde der Migranten anlegen. Der Senator will, dass ich genau diesen jemand finde. Das Bergen der Chip-Lieferung von der Gilde wäre ein immens wichtiger Dienst für Senator Bark und die Republik. Das mache ich mit verbundenen Augen. Ich weiß, ihr seid eine Frau, die hält, was sie verspricht. Ich bin froh, euch gefunden zu haben. Um herauszufinden, wo die Gilde die Lieferung des Senators versteckt hat, müsst ihr mit Sicherheitskäpt'n Denal Sonn reden. Er leitete die Untersuchung. Bringt dann die Lieferung zurück zu Senator Barks Büro im Senatsgebäude. Ich bin mir sicher, er wird euch persönlich danken wollen. So. Dann war hier drüben noch so ein... Ah, nee, das ist nicht zum Quasseln, das ist einfach nur... Ah, da ist die Quest. Ich verstehe. Gut. Die brauchen wir gar nicht annehmen. Obwohl, eine Helden plus zwei, die könnten wir vielleicht mal versuchen, wenn wir so drei Level höher sind vielleicht. Ne, warum ich gerade so ein bisschen leicht in Schleudern kam. Die Quest habe ich mit meinem Jedi gesucht. Und zwar, weil es dort eine schöne, dunkle Robe gibt. Und das ist mal was anderes zu meiner momentanen weißen Robe oder den braunen Roben. Ich suche ja schon länger was in dunkleren Farben. So. Okay, das ist kein sehr großes Gebiet, aber es soll reichen. Hier ist, glaube ich, unser erster Anhaltspunkt. So, mal schauen. Sind die rot? Nein, das sind alles noch harmlose Bürgerchen hier. So, dann mal auf in die Kantina. Guck mal, er winkt mir sogar zu. Wow, sogar die Kantinas hier sind groß. Damals sagt, das sei die beste Bar auf dem ganzen Planeten. So, dann suchen wir doch mal unseren Kumpel hier, den wir treffen wollten. Da vorne tanzten die Twi'leks. Hier, ein Twi'lek Stabtänzer. Da haben sie sich viel Mühe gegeben. So, jetzt sind wir wieder in einem privaten Story-Bereich. Und diese Folge ist eigentlich nur Gerede, aber hören wir es uns einfach mal weiter an. Ja, die Karten bleiben in der Luft liegen. Ja, die Karten bleiben in der Luft liegen. Komm zu Schleimworts, einfach mal ein, dann gibt's Hilfe. Hört nicht auf den Jungen. Ihr könnt mir jederzeit gerne Komplimente machen. Tut mir leid, das von Vidu zu hören. Er war ein Mann mit gutem Geschmack und ein grauenhafter Kartenspieler. Ich werde ihn ehrlich vermissen. Das Leben ist wie Sabak. Der Trick ist, aufzuhören, solange man vorne liegt. Und den Gewinn zu genießen. Genauso, wie ich meinen Lebensabend verbringe. So, dann schleimen wir uns weiter mal ein. Dann gibt's wahrscheinlich vielleicht mehr Geld am Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein so schöner Mann wie ihr als Eremit lebt. Um Himmels Willen. Ich muss nur die richtige Frau davon überzeugen, mit mir zu gehen. Wenn ihr mir einen Rat geben könnt, lasst es mich wissen. Nun, ich weiß, dass dies hier kein geselliges Pläuschchen ist. Corso sagte, ihr habt Ärger. Und ich bin bereit zu helfen. Ein Mann namens Skavak hat meinen Frachter gestohlen und hierher gebracht. Corso erwähnt einen Laderaum voller gestohlener Blaster und auch den berüchtigten Rogun den Schlechter. Mein Beileid. Skavak ist in der galaktischen Unterwelt wohl bekannt. Er hat sich Todesstrafen quer durch die Galaxis eingehandelt. Für alles. Von bewaffnetem Raub bis zur Entführung. Man sagt, das Sith Imperium habe ihn in der Hand. Und er mogelt sogar beim Kartenspielen. Ich helfe euch gerne, ihn zu finden. Wenn es eines gibt, das ich hasse, dann ist das Falschspielen. Meine Güte. Schönheit, Intelligenz und moralische Werte. Was für eine wunderbare Kombination. Gleich nachdem Corso Skavaks Namen erwähnt hatte, habe ich meine besten Informanten alarmiert. Ich bekomme einige interessante Hinweise. Was habe ich euch gesagt, Captain? Damas findet alles heraus. Wir haben Skavak in Nullkommanichts. Wie viel verlangt ihr für diese Information, Damas? Diese Information ist kostenlos, meine Liebe. Ich würde niemals einer schönen Frau in Not das Geld aus der Tasche ziehen. Skavak nahm kürzlich die Dienste einer Datenhackerin namens Kixi im Hauptquartier der Händlergilde der Migranten in Anspruch. Sie ist recht talentiert, habe ich gehört. Eins muss man ihm lassen. Er hat ein Händchen für Frauen. Da ist sicher nicht viel Romantik im Spiel. Skavak lässt sich nicht mit Fremdlingen ein. Nicht einmal mit so Menschen ähnlichen wie Kixi. Kixi könnte in der Lage sein, euch zu helfen, Skavak aus seinem Versteck zu locken. Aber seid vorsichtig. Die Gilde ist gut bewaffnet und mag keine Außenseiter. Entschuldigt, Schätzchen, aber da ist ein Chakrianer mit mehr Credits als Verstand. Ich sollte ihn wirklich nicht mit so viel Geld gehen lassen. So, wie mag ich den Typen? Ein sehr sympathisches... Wie nennt man das? Arschloch? Ja. So, jetzt gucken wir mal, wo geht's jetzt hin? Irgendwie waren die Karten auch mal besser strukturiert. Naja. Das soll mich nicht stören. Dafür laden die Karten jetzt schneller. Ja, lasst euch nicht stören von mir. Ich lauf einfach mal mittendurch. So, und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da ich die letzten schon alle zu lange hatte, mache ich diesen jetzt eine Minute zu kurz. Tschüss.